Ja, hallo Leute, mein Name ist Flo Forel und in diesem Video möchte ich mit euch die Frage beantworten, welche Kurse soll ich testen? Und zwar für euch. Kleine Anmerkung, ich befinde mich hier gerade in meiner Suite in Rumänien. Wir können gerne mal schauen, kommt gerne mal mit. Es ist wirklich genial, das alles bezahle ich hier mit Online-Marketing, also Geld verdienen im Internet. Und prinzipiell könnt ihr das natürlich auch mit Wissen. Wissen, wie man Geld verdient im Internet. Ich mache zahlreiche Videos dazu, es gibt aber auch zahlreiche Kurse, E-Books und so weiter, mit denen man das erlernen kann. Denn es gibt eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten, um im Internet Geld zu verdienen. Und es gibt natürlich gute Kurse und es gibt schlechte Kurse. Und ich möchte jetzt einfach mal wissen, weil ich schon von vielen mal gefragt wurde, kannst du mal den Kurs testen? Kannst du mir sagen, was du von dem Kurs hältst oder von dem E-Book? Naja, es ist immer nicht ganz so einfach zu sagen. Ich möchte natürlich eigentlich für euch im besten Falle das immer so machen, dass ich die Videokurse und E-Books von anderen Marketern eben vorab teste, euch da auch schon einen kleinen Einblick gebe und dann euch sagen kann, lohnt sich das oder lohnt sich das eher nicht? Dementsprechend würde mich jetzt einfach mal interessieren, wenn du eine Anmerkung hast, okay, der und der Videokurs, der und das und das E-Book wurde mir vielleicht noch vorgeschlagen, habe ich meine Werbung zugesehen, ich bin mir aber nicht genau sicher, ob ich mir den kaufen soll, weil ich nicht weiß, ob er sich wirklich lohnt, ob er sein Geld wert ist. Dann sag mir einfach Bescheid, schreib mir das unten in die Videokommentare, ganz genau, welchen Kurs ich testen soll oder welches E-Book und dann mache ich vielleicht ein Video dazu und teste den. Und möchte dir dann einfach den Einblick geben und an meine Meinung, lohnt er sich oder lohnt er sich nicht? Ich genieße jetzt hier auf jeden Fall noch meine Zeit, warte natürlich auf eure Vorschläge und nehme mir die auch ganz gerne zu Herzen. Ich besorge mir die Videokurse und E-Books, die ihr von mir getestet haben wollt und dementsprechend genieße ich jetzt hier noch meine Zeit. Kommt gerne mal mit, ich zeige euch auch mal meinen Ausblick und zwar hier aus meiner Suite Richtung Platz, kommt gerne mal her. Ja, da seht ihr wirklich eine gigantische Aussicht hier von meinem Hotelzimmer aus. Ja, ihr seht es hier, die wunderschöne Ausblick aus meinem Hotelzimmer. Schaut euch das mal an. Ist das schön oder ist das schön? Also ich finde es hier wirklich grandios und das Ganze hier für den Jahreswechsel. Und ja, wenn euch das auch interessiert, zum Beispiel wie ich reise oder wo ich so Urlaub mache, dann schreibt mir das auch gerne mal. Und jetzt würde ich sagen, schreibt mir wie gesagt erstmal unten in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze findet mit den Kursen und den E-Books, die ich testen soll, was ich genau testen soll. Und dann mache ich das natürlich für euch, damit wir 2020 und in den nächsten Jahren richtig durchstarten können und auch im Internet seriös Geld verdient. Von daher macht's gut, euer Flo Farrell.